Lange ist her, dass wir uns gesehen haben, in dieser Konstellation, zu einem Klappenabgasanlagen-Video. Wir haben jetzt, ist ja nicht so, dass wir nur immer eine bauen, wenn wir ein Video machen. Das wäre ziemlich scheiße. Ne, jetzt haben wir mal wieder gesagt, jetzt können wir wieder eins machen. Wir haben jetzt eine A-Klasse, eine 2 Liter A-Klasse, 2 Liter Turbo. Und da haben wir jetzt eine Klappe übergebaut. Und die Hörmuth ist an. Von innen hören wir es jetzt mal an. Jetzt ist die Klappe zu. Wir haben jetzt auch gleich einen Fahrwerkstest gemacht, mit dieser Straße. Jetzt machen wir die Klappe auch. Das ist auch cool. Total geil. Hier so schön mit diesem Türkis. Finde ich voll geil. Ich mag das. Petronas Formel 1 Ski. Geil, wa? Finde ich auch. Aber wenn die Moodi mitfährt, dann will sie ja wieder leise fahren. Dann hast du wieder... Dann hast du wieder so eine alte Mercedes A-Klassen-Style. Und das ist eine kleine A-Klasse. Kein AMG. Aber es ist keine Plug-and-Play-Geschichte. Wir kaufen die nirgendswo und dann hauen wir sie drunter und sagen, hey, wir haben hier was gebaut. Sollen die andere machen. Wir bauen sie wirklich noch selber. Wirklich. Unser kleiner Schweißer-Gott, der Pedro. Manchmal tüfteln wir auch sehr lange drüber. Aber in der Regel Passat. So, jetzt machen wir von außen. 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 Ja, 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 ja.